Sorgenfrei fliegen geht ab dem Flughafen Düsseldorf auch barrierefrei. Fluggästen mit Beeinträchtigungen oder eingeschränkter Mobilität bieten wir einen besonderen Service. Hierfür müssen Sie Ihren Betreuungsbedarf so früh wie möglich bei Ihrer Fluggesellschaft oder Ihrem Reisebüro anmelden. Spätestens 48 Stunden vor Abflug. Für die Anreise zum Flughafen mit dem eigenen Pkw stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung. Mit einem offiziellen europäischen Parkausweis dürfen Sie Ihr Fahrzeug kostenlos auf ausgewiesenen Flächen abstellen. Auch von den Bahnhaltestellen am Flughafen kommen Sie barrierefrei ins Terminal. Der Skytrain bringt Sie vom Fernbahnhof bis ins Terminal und zurück. Melden Sie sich bitte spätestens zwei Stunden vor Abflug am Check-in-Schalter Ihrer Airline und checken für Ihren Flug ein. Melden Sie sich für die weitere Betreuung an einem unserer drei Servicepunkte im Terminal. Sie reisen mit Ihrem eigenen Rollstuhl? Dieser wird im Frachtraum des Flugzeugs befördert und am besten vor der Sicherheitskontrolle am Sperrgepäckschalter aufgegeben. Bis zum Boarding können Sie einen Rollstuhl des Betreuungsteams nutzen. Elektrische Rollstühle müssen bis 48 Stunden vor Abflug bei Ihrer Airline gemeldet werden. Wenn gewünscht, begleiten wir Sie im Anschluss bis zu Ihrem Flieger. Werden Sie privat begleitet, können Sie sich natürlich auch eigenständig zum Abfluggate begeben. An der Sicherheitskontrolle werden Sie und Ihr Gepäck sowie Ihre medizinischen Hilfsmittel kontrolliert. Anschließend stellt unsere Servicebegleitung sicher, dass Sie rechtzeitig zu Ihrem Abfluggate gelangen. Wir unterstützen Sie selbstverständlich auch bei Ihrem Einkauf in unseren Shops und Restaurants. Viele unserer Gates sind mit Fluggastbrücken mit dem Flugzeug verbunden. Zu Außenpositionen bringen wir Sie mit Spezialfahrzeugen. Je nach benötigter Unterstützung helfen wir Ihnen beim Boarding und bringen Sie bis auf Ihren Platz im Flieger. Hier verstauen wir für Sie Ihr Handgepäck. Mehr Informationen zum barrierefreien Reisen und unserem Service finden Sie auf www.dus.com unter barrierefreies Reisen. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Wir wünschen Sie bei Ihrem treibenden Vielen Dank.